hey leute und ein recht herzliches willkommen zu einem kleinen video von mir ja wozu bin ich hier und zwar werde ich wollte ich euch eine kleine ankündigung machen wollte das ganze eigentlich hier irgendwann verlosen aber ich dachte mir ich mache das auf twitch alles mein twitch kanal steht unten in der beschreibung und zwar werde ich in der nächsten zeit an meine zuschauer also ja mindestens zehn stunden in einem stream es wird irgendwann passiert irgendwann wenn ich eine von dem verlosen und zwar eine von beiden cds von der band starkers die ich selbst kenne die haben mir die zur verfügung gestellt ich habe den schon der ganze weil ich hier also ich habe insgesamt sechs stück ich werde nur vier verloren also ich werde erst mal nur zwei verlosen in den beiden kommen dann irgendwann auch noch und zwei behalte ich natürlich selber also ich werde wie gesagt zwei auf switch verlosen sobald ich affiliate bin werde ich das ganze oder sobald ich affiliate werden kann werde ich das ganze verlosen da gibt es nämlich noch ein einziger zuschauer und dann werde ich irgendwann werde ich das raushauen wahrscheinlich sobald ich affiliate beantragt habe dann muss ich erst mal ein gewerbe anmelden bzw wäre das am sinnvollsten ein gewerbe anzumelden geht auch über andere wege aber ein gewerbe anmelden und dann muss ich am ende des jahres meine steuer machen Yeah Auch für mich kommt es lange auf mich zu Dass ich meine Steuer mache Yeah Ah, ja Da werde ich wahrscheinlich Schauen Wie ich das mache, ob es da irgendein Programm dafür gibt Wo ich das alles eintragen kann Für Gewerbesteuer oder sowas Kann ich am besten bei meinem Onkel fragen Der kennt sich mit sowas aus, ob es da irgendein Programm gibt Wo ich es nur eintragen muss und dann alles anchecken muss Was mich aber auch schon wieder Am Ende des Jahres viel Zeit kostet So um Weihnachten rum Für das letzte Jahr Ja Das wird sich dann irgendwie noch zeigen, wie ich das Ganze mache Ich bin bis jetzt eh noch nicht hier verliert und kann es auch noch nicht werden Wie gesagt, ein Follower fehlt mir noch Den Rest habe ich alles Und wie gesagt, behalte immer meinen Twitch-Kanal im Auge Und hier auf YouTube Ich weiß noch nicht, ob ich die zwei auf Twitch oder Hier auf YouTube verlosen werde Und ja Das soll es auch erstmal dafür gewesen sein Ich werde nachher streamen Wie gesagt, Link steht unten In der Beschreibung Äh, ja Ein anderes Video habe ich für euch leider nicht Da es draußen wieder viel zu kalt wäre, um das aufzunehmen, was ich machen wollen würde Und gestern hat sich einfach nicht ergeben, weil Ja, also ich schulte euch immer noch ein Flohmarkt-Video, wie ich so vorgehe Auf Flohmärkten und sowas Aber es funktioniert leider nicht Weil gestern habe ich nichts gefunden und habe auch meine Kamera nicht dabei gehabt Weil ich gedacht habe, komme ich gehe einfach so spontan dahin Ich bin um 11 Uhr aufgestanden und wollte um 14 Uhr spätestens wieder zu Hause sein zum streamen Und da hat sich das mit dem Video einfach nicht angeboten, weil da hätte ich eine Stunde oder so rumgelabert Und hätte dann schneiden müssen, dies, das, ananas Aber nächste Woche versuche ich euch freitags zu streamen Ich sage ja, Freitag und Sonntag ist mein Stream-Tag Aber es wird leider nicht Immer was Weißens wird Samstag und Sonntag Ja Auf jeden Fall würde ich dann sagen Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei Ähm Da werde ich das irgendwann verlosen Ich weiß Also es wird irgendwann kommen Schaut einfach rein und sammelt eure 10 Stunden auf Twitch bei mir Die könnt ihr locker sammeln, wenn ich jede Woche Freitag und Sonntag streame Wenn Freitag nichts kommt Unten in meinem Twitch steht mein Discord Da könnt ihr einmal schauen Da werde ich dann ankündigen Ja, Stream kommt leider doch morgen Ähm, dies, das, ananas Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ciao, Leute